Okay. Mechanismus verstanden. Na los. Ja, bewegt dich. Bewegt deinen Elfischen hinteren. Wunderschön. So, sie bleibt stehen. Und wie kommt sie dann rein? Das sieht mir aber nicht geheuer aus. Spinnen. Na, toll. Ah. Habe ich mich erschrocken. Okay, wie viel haben wir verloren? Ach ja. Willst du hier nicht rauskommen? Der hat sich doch gerade bewegt. Bödie an. Ich höre ein paar... Ich höre ein paar Stimmen. Sich quälen. Regen. Ja. Ach, der ist um den Weg. Ich glaube, der hat sich richtig... Ja, spack ab, Skelle. Hi. Irgendwie nur, wenn ich da lang gehe. Auch interessant. Nach dem Motto, rette. Uffs. Ha. Mehr Geld. Ich hoffe mal... Ich höre hier, beneath my sight. Find a feather, black as night. A tiny plant, with petals bright. And frozen sap with granites light. In a mist they will ignite. And bring to me their burning light. Yeah. Im Grunde genommen haben wir dieses Rätsel schon gelöst. Wir müssen im Grunde genommen jetzt nur noch zurückgehen und alles einsammeln, worüber ich mich gerade gewundert habe. Es ergibt also doch alles seinen Sinn. Hopp. Unter anderem müssen wir diese Pflanze mitnehmen. Die schön anzusehende Pflanze. Dann müssten wir gleich wieder da durch. Und wir haben eben die Krähe abgeschossen. Oder den Raben oder was das war. Und eine einzelne Feder ist hinabgesunken. So. Und dann haben wir uns noch gewundert, dass es hier drin so schön aussieht. Und dass da unten ein Klumpen ist. Den wir jetzt mitnehmen können. So. Dann hätten wir unsere drei Gegenstände, die wir brauchen. Ich denke mal, das Rätsel war jetzt das Einfachste, was wir bisher hatten. Und das war auch das mit am wenigsten Gegnerkontakt. Und ja, es war sehr angenehm, das Rätsel. Ich bin mal gespannt, was das für eine Belohnung gibt. Oh mein Gott. Wie manche sich wahrscheinlich schon fragen müssen. Hey. Warum kommt hier nichts mehr? Das hier ist doch noch etwas für Elara. Die Elara hat doch nur... Hast du drei? Tatsache. Tatsache. Sie hat drei Filiolen des Lebens. Hier. Friss. Oder stirb. Find the feather. Black as night. Die haben wir. A tiny plant with petals bright. Die haben wir. And frozen sap with granite smite. Haben wir auch. In a pit they will ignite. In einem Loch. Pit in einer Grube. In einer Grube werden sie entzünden. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine Grube finden. Eventuell. Sollten wir. Wow. Wow. Hier ist Massacre. Hilf mir. Wow. Ich hab schon gedacht, jetzt tritt sie auch noch drauf. Meine Güte. Okay, gehen wir hier erstmal wieder raus, bevor ich mich wieder dazu entscheide, irgendwo... Ähm... Drauf zu treten, wo ich nicht drauftreten sollte. Hm. Wir müssen jetzt noch eine Grube finden. Wo wir all das, was wir gerade gefunden haben, reinschmeißen können. Das geht nicht kaputt. In einer Grube werden sie sich entzünden. Äh... Gibt's pit als Übersetzung auch als Lagerfeuer? Weil ich kenne the pit nur als Grube. Na gut. So, jetzt haben wir ein schönes Feuer gemacht. Mit einem wunderbar mystisch grünem Leuchten. Ich kenne ja auch eine Person. Ich kenne auch eine Person, die gähnt nicht so sehr beim Zocken wie ich. Oh mein Gott. Das wird schlimm werden später. Oh. Ja, das habe ich auch gerade gehört. Oh nein, da hinten sind welche. Ah. Ist das wohl doch nicht so einfach wie gedacht. Okay. Widerstand ist zwecklos. Wir können dich auch so bekämpfen. Einfach aus der Ferne. Lass die Frau in Ruhe. Komm mir nicht zu nah. Es ist sehr interessant, wie der einfach mal drauf scheißt, dass ich ein Schild habe. Hm. Naja. Sind da... Was ist denn mit dir passiert, Kollege? Hat man dich losgerissen? Kommt ihr gleich von der... Decke runter? Ich vertraue denen nicht. Und du hast dein Feuer verloren. Mädel. Wir brauchen doch das Feuer. Oder nicht? Na, komm. Können wir erstmal wieder dahin gehen. Laufen, 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 laufen. Gib mir das Feuer. Hol dir das Feuer. Sehr schön. So. Und jetzt gehen wir zum fünften Mal da durch. Etwa? Ich hab's nicht gezählt. Aber das wird wohl etwa hinkommen. So. Können wir jetzt auch wieder auf unser Schwert wechseln. Und die Umgebung genießen. Die Sonnenstrahlen tanken. Der Musik lauschen. Und uns wundern, dass wir doch nicht allein sind. Na? Die hängen nur von der Decke. Ab ins Auge. So. Wieso traue ich dem Ganzen immer noch nicht? Oh, schön. Sehr schön. Sehr schön. So. Haben wir noch was zum Aufleveln? Cadoc freut sich. Mehr Gold. Du kannst nie zu viel Gold haben. Natürlich. Und damit wird dieses Rätsel gelöst. Wir hätten den zwölften Tier erreicht. Die zwölfte Stufe. des Geld zusammensammelndes. Des Geld zusammensammelndes. Na? Mi English is very good. Na? Lauf doch. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nämlich wieder zurück. Damit wir wieder zum richtigen Weg gehen. Weil es gibt noch einen Plot. Genau. Die Seraphina. Die wartet nämlich. Seraphin. Seraphina ist er nicht. Hat ja kein A am Ende. Seraphin. Hm. Ja. Sehr schön. So. Würde ich sagen. Auftrag geht weiter. Mit haufenweise Gegnermassen. Sehr schön. Meine Nase juckt. Auch sehr schön. Hm. Wieder mal zwei Wege. Nehmen wir mal den Schleichweg. Der nicht zugänglich ist. Hoho. Ist das nicht schön? So. Noch ist es ruhig. Aber die tolle Musik ist weg. Hm. Ach, das waren die Drachentränen, wenn ich mich recht erinnere. Das ist eine kleine Fortuna. Wofür waren die nochmal? Einfach zum Sammeln. Battle Charge Damage increased. Genau. Die sammeln wir, damit wir nachher stärker werden. Sehr schön. Okay. Wen schalten wir von denen am besten aus? Am besten nicht den Menschen, weil den wollen wir befreien. Ho. Ich würde den Nahkämpfer... Ah, der ist nicht direkt gestorben. Und es ist gar kein Nahkämpfer. Ah, doch. Das ist nicht so. Meine Aeroe sind auf Feuer und in der Mitte der Licht. Oh Gott! Vielleicht können wir davon auswählen. Wow. Hast du das ever gesehen? Ha. No Scope Headshot. Du schlägst keine Frauen! Na. Sehr gut gemacht. So, und dich wollen wir befreien. Ich kann da drauf gehen. So, was will der? Three as many slaves as possible. Ja, da sind wir gerade bei. Sehr schön. Kaputt machen können wir diese Sachen allerdings nicht. Wieder mal. Sehr schade. Na, minimales Schild. Was haben wir hier denn noch Schönes? Da können wir rüber gucken. Aber dort drüben ist nichts außer Feuer. Der Elara ist vorhin aufgefallen, als der Kampf angefangen hat, dass ihre... Ah, da rum. Ist das so? Okay, ich kann das jetzt nicht sehen, aber... Sie meinte, dass ihre Pfeile anfangen in der Luft zu brennen. Das könnte damit zusammenhängen, dass sie durch das Feuer geschossen hat. Oh. Okay. Haben wir hier wieder so einen blöden Magier? Bei dem würde ich dann gerne loswerden. Ah, ja. Ich sehe einen. Aber der soll stehen bleiben, damit der Angriff auch erfolgreich wird. Oh. Und ich sollte mit der Maus nicht so viel rumzittern. Bleib stehen, du blöder Zauberer. Du infizierter Wargar. Kommst du da auch raus aus der Ecke? Oder hast du da hinten... gebogen? Ah, okay. Komm zu mir oder bleib einfach mal kurz stehen. Kann ich dich ins Visier nehmen?